Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Scheinig, es ist gerade ein dringender Bericht reingekommen. Die Randale ist fast an den heiligen Ruinen. Alle, die halbwegs mit einer Waffe umgehen können, helfen mir das Gebiet, um die Festung zu verteidigen. Wir können aber nicht alle aufhalten. Du musst alles zur Strecke bringen, was durchbricht. Es geht hier nicht nur um unsere eigenen Hintern, sondern um die Zukunft von Kamura. Verstanden? Nehmt dringende Quest von Hinoa an, schlage das Unheil zurück und beschützt diese Zukunft. Okay, Scheinig, zeigen wir diesen Unheulen, aus welchem Holz Kamura geschnitzt ist. Also jetzt haben wir einmal hier diese Randale endlich einmal. Letzte Verteidigungslieder, rote Festung. Also ich muss jetzt mit den Anlagen, die vorhanden sind, die Viecher bekämpfen. Ich habe mich schon gefragt, wann du wohl kommst, Ass. Endlich stellen wir uns der Randale entgegen und ich kann wieder für dich tanzen. Das mit dem Tanzen hat er nicht gesagt, aber ich sehe da nur einen Tanz drin, was der macht. Vom ältesten Fogen weiß ich, dass es deine Aufgabe ist, alle Monster abzuwehren, die es in die Festung geschafft haben. Das ist ja deine erste Randale. Also gibt es sicherlich vieles, was du nicht weißt. Ich zeige dir, wie hier alles läuft. Dieser Bereich erfüllt den selben Zweck, wie das Hauptlager draußen empfällt. Wenn du übel zugrechte bist, ähnest du hier. Aber solange die Festung okay ist, ist alles gut. Versuch es dann einfach nochmal. Da drüben kannst du in der Ausrüstung Waffen tauschen. Brauche ich nicht. Ich denke, der erklärt mir jetzt nur, wo ich hin kann. Ah, okay. Es gibt auch mehrere Ausgänge. Ja, man wehrt die Aussicht mit Jagdanlagen ab. Und wahrscheinlich kriegt man dann von jedem Vieh, was aufgetaucht ist, dann Materialien. So, dann kommt her, wenn ihr euch traut. Ja, komm. Oh, da kommt noch so ein Tetranodon. Nope. Du bleibst da hinten. Ja, kann es ruhig auch klar sein. Ich habe in solchen Situationen eh wahrscheinlich kaum die Chance, auf den Chat zu achten. Ah, Festungsstufe ist erhöht. Jetzt habe ich einen Drachenköder, einen Drachenschwerer und eine Abwehrkanone. Und den muss ich unbedingt runterschießen. Bleib da hinten. Schnell bombardieren. Er liegt. Haut doch drauf. Ach, macht meine Katze auch die Festungseinrichtung? Also die Bomben beispielsweise. Ist ja mega praktisch. Okay. Braude Material. Einfach irgendeine Bombe. Okay. Ach, hinter mir sind auch noch Zeile. Yes. Abwehrkanone. Die sind automatisch. Ich brauche mal eine Abwehr und eine normale Kanone hier hinten hin. Wird ein Gegenschlagssignal eingesetzt, inspiriert das Jäger, erhöht ihre Aggresskraft deutlich. Okay. Oh, hi Arzoros. Können wir so ein bisschen zurückgehen? Danke. Du bist überhaupt keine Bedrohung. Hühnchen greifst schneller an. Die sind dann echt keine Bedrohung. Die exklusiven Schüsse immer einsetzen, wenn man kann. Die Ballisten haben sich verbessert. Ach, die schießt jetzt viel schneller. Ey, ich muss schon sagen, diesen Modus den finde ich mega cool. Darf ich hier was aufbauen? Wie kann ich die Dinger denn auswechseln? Gar nicht. Ich kann ja mal trotzdem hinten gucken, ob ich irgendwas bauen kann. Ich würde gerne... Nein, ich will nicht auf den Hund. Ich will das Ding abbauen und was anderes aufbauen. Ich will die Kanone jetzt mal nutzen. Oh, cool. Kann ich so ein bisschen drüber schießen. Sogar doppelt. Nice. Äh, wo kommen sie jetzt gerade her? Ah, jetzt ist es. Da kommen sie. Einfach hinschießen, ne? Ich kann nicht da drüber schießen. Oder ich schieße zu weit. Alter, macht die Kanone viel Schaden. Aufgeladene Donner. Die sind jetzt schon vertrieben. Die kamen ja kaum zum Angriff. Äh, ich mach erst die Solo-Story durch. Also, da muss ich leider enttäuschen. Ich will jetzt mal zuerst den aufgeladenen Donner sehen. Hätte ja gar nichts gemacht. Hier. Geschenk für dich, Arzoros. Geh doch kaputt, du blödes Vieh. Oh, es hat das Ding kaputt gemacht. Ich dachte, der Arzoros wäre schon tot. Jetzt ist er tot. Gut, dass ich auch hier hinten was gebaut habe. Muss den jetzt erstmal wegkriegen. Muss auch hier hinten was Neues bauen. Da waren ja auch so zwei Stellen, wo ich was bauen konnte. Zwei von Artillerie. Habe ich auch noch nicht gesehen. Bringt der Drachenköder hier oben was? Dann wollen die wahrscheinlich hier drankommen. Ja, dann kann ich den Drachensperr einsetzen. Äh. Dann, Speer. Go. Trifft es den da überhaupt? Es trifft ihn. Ich hoffe, ich kann ihn mit der Kanone auch gut runterschießen. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Er hat mich runtergeprügelt. Ich mache hier mal wieder die Balliste hin. Darf ich nicht. Ich will da hoch. Verdammt. Oh, jetzt habe ich so eine Maschinenkanone. Die will ich noch eher sehen. Die muss auch mega schnell sein. Oh, danke für den Raid, Akadari. Ich muss noch einen anständigen Soundarm hinzufügen. So, Rapid Strollschuss. Ich muss mal auch mehr auf die Bike-Karten gehen, merke ich. Zum Glück habe ich auch hier hinten eine Kanone hingebaut. Da habe ich ein bisschen gut vorgesorgt. Go. Auf weh das Geschoss hin. Also, dass das wie gerade der Boss ist, das ist mir klar. Ries. Ich kämpfe jetzt einfach selbst. Komm, Graevan. Ist mein Gewehr wieder einsatzbereit? Ja, ist es. Wo ist es? Da. So. Jetzt wirst du vergewaltigt. Gewehr wieder einsatzbereitigt. Seidenbinden-Schuss. Was auch immer das jetzt gemacht hat. Ich habe ihm was gebrochen. Er ist tot. Okay, ich finde diesen Modus halt wirklich mega gut. Gerne öfters. So. Ein bisschen Material. Und jetzt kann ich mich einfach irgendwo hinschicken, ne? Hatte ich eigentlich noch irgendwas Neues? Also, diese Drachenkühler-Safe immer vor dem Drachenspeer. Ich habe übrigens nicht gesehen, dass da auch noch ein Teil zum Bauen ist. Sonst hätte ich hier so ein Automatikgeschütz hingestellt. Das wäre so stark gewesen. Hätte ich das mal gesehen. Und ich hätte nicht damit gerechnet, jetzt schon so viele Zuschauer zu haben. Also für meine Verhältnisse viel. Oh, wie noch eine Zwischensequenz. Ja, da sind wir. Wir haben uns erfolgreich geschafft. Ich mache mich mal so lang stumm. Einmal kurz ansprechen. Das Vieh, das fand ich schon im Trailer cool. Das wird jetzt bestimmt alles kaputt machen. Ich wollte eigentlich stumm bleiben während der Zwischensequenz. Aber den Magna Malu finde ich so cool, als dass ich eben kurz stumm bin. Aber nicht damit gerechnet, dass er auftaucht. Bitte sagt, dass er sich gegen ihn kämpfen muss. Das ist wahrscheinlich auch stark. Das hat den Arzohaus gerade einfach im Maul gehabt. Ich will aber kämpfen. Gerade so noch weggekommen. Tja, da passt du nicht durch, ne? Genau, Loki, weg. Aber wie cool, wir konnten ihn so früh schon sehen. Ich wäre jetzt übrigens wirklich stumm geblieben, wäre er nicht aufgetaucht. Der kam so oft in den Trailern vor. Also wir haben ihn gerade einfach nur das Fressen serviert. Der Magna Malu ist höchstwahrscheinlich auch der Endboss von diesem Spiel. Bei den davorigen, da war es ja dieses riesige Vulkanmonster. Also bei World. Bei Generations, da war es, äh, so ein Düsendrache oder wie man das nennen kann. Ich weiß übrigens, wenn dieser eine Drache zurück ist, der fatal ist. Wenn der dabei ist, das wird lustig. Ich habe übrigens nicht erwartet, dass die Küchen auch eine Waffe trägt. Ja, du, kochen. Ja, du, kochen. Ja, du, kochen. Ja, ohnmächtig wurde ich gar nicht. Ich habe jetzt nur so Meritenscheine bekommen. Schade, ich dachte, ich kriege von jedem vier etwas. Oder die Randale, im Großen und Ganzen, mega cool. Gute Arbeit, Shining. Dank deines Einsatzes hat Kamura das Ganze relativ unbeschadet überstanden. Aber jetzt, da wir es mit Magna Malu zu tun haben, wird es erst richtig haarig. Wie bereits erwähnt, kenne ich die hässliche Fratze dieses Unheils noch von der Randale vor 50 Jahren. Den alten Hamm hätte es fast den Hals gekostet, die Auslöschung des Dorfes zu verändern. Nun ist diese Fratze zurück. Die Sicherheit Kamuras liegt in deiner Hand. Bring den Unheil ein für alle Mal zur Strecke, Shining. Wir wissen immer noch nicht, was hinter dieser Randale steckt. Wenn wir etwas herausfinden, erfährst du es zuerst. Ja, das war es mit der heutigen Folge zum Monster Hunter Rise. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.